Ist die Disney-Lizenz, die wir uns so hart erarbeitet haben, jetzt verloren und müssen wir diese an Flickplay abgeben? Ja, diese Sorgen werden wir auf jeden Fall heute klären. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten kommenden Drops mal genauer an. Und es gibt ein sehr spannendes Giveaway für dich da draußen zu mitmachen. Das und mehr jetzt alles in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vibi-Uji mit den wichtigsten Vibi-News, die du auf jeden Fall da draußen wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum und starten direkt rein in den ersten Part der News. Haben wir nun die Disney-Lizenz verloren und müssen diese abgeben? Nein, natürlich nicht. Also jeder, der das irgendwie geglaubt hat, dem muss man auf jeden Fall erstmal sagen, bitte informiere dich und hier sind natürlich die Infos. Also, worum ging es überhaupt? Disney macht nämlich jedes Jahr wie eine Art Programm, wo sie neue, innovative Unternehmen mit ins Boot holen bzw. diese finanziell auch unterstützen. Hier unter anderem zum Beispiel Flickplay. Und Flickplay ist nämlich auch eine App für soziales Web-Free bzw. für auch NFTs. Und da muss man ganz klar sagen, da gab es erstmal eine große Diskussion, da sich viele gewundert haben, ja, haben wir jetzt dann Disney verloren an Flickplay? Okay, was ist denn hier los? Warum wird hier denn nicht Vibi in irgendeiner Weise announced usw. usf.? Denn es ist nämlich tatsächlich auch ein Video, wo wir auch hier die Golden Moments sehen. Und hier wird es auch nochmal von Disney offiziell gesagt, dass das natürlich die ersten NFTs sind, die sie jemals rausgebracht haben und dass es auch noch sehr viel mehr sind. Aber es wird hier Vibi tatsächlich mit keinem einzigen Wort erwähnen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Ganze einfach alles abgesprochen ist und einfach Vibi halt versucht wird, noch ein wenig zurückzuhalten, dass man einfach hier Vibi einfach noch als unfertiges Produkt noch nicht zu sehr announcen möchte. Ja, und dann war natürlich diese Diskussion da, haben wir das Ganze jetzt plötzlich an Flickplay verloren? Und da muss man ganz klar sagen, es gibt hier zwei Unterschiede zwischen diesen beiden Apps. Vibi ist nämlich eine App für Premium Licensed Digital Collectibles. Wir sprechen hier von einer Sammler-App. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und Flickplay hat die Aufgabe, eine Social Plattform im Metaverse für digitale Collectibles zu werden. Das ist ein Unterschied und den sollte man definitiv nicht übersehen. Also wir haben hier nicht die Disney-Lizenz in irgendeiner Weise verloren. Und Comics & Crypto hat das auch nochmal relativ schön zusammengefasst. Ich übersetze das Ganze jetzt einfach mal ganz kurz für euch hier an dieser Stelle. Auch dieses Programm wurde geschaffen, um neue Kooperativen aufzubauen. Für dieses Programm gab es einen Antrag, den jedes Unternehmen ausfüllen konnte. Vibi ist bereits Partner. Sie sind VIP. Sie müssen keinen Antrag ausfüllen, um in die Türen eingeladen zu werden. Also ganz wichtig, Vibi ist natürlich sowieso schon seit längerem Partner. Und dementsprechend hat es Vibi einfach auch nicht nötig. Und Vibi ist dazu auch in einer ganz anderen Ecke unterwegs. Und das sind einfach ganz, ganz massive Unterschiede, die man hier sehen muss. Das heißt, keine Panik. Wir haben auf jeden Fall Disney nicht verloren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt wirklich an dieser Stelle. Und das sollte man definitiv sehen. Also keine Panik. Wir haben Disney nicht verloren. Und wer sich jetzt fragt, ja hey, was ist denn jetzt hier dieses Flickplay? Flickplay, wie gesagt, ist eine Prinzip-Social-Media-Plattform für das Web-Free. Auch relativ interessant, muss ich tatsächlich sagen. Und hier sieht man auch direkt schon auf der Webseite, dass das null in irgendeiner Weise Konkurrenz zu Vibi haben könnte. Denn wir reden hier, wie gesagt, von einer Metaverse-Social-Plattform. Und ja, das hat halt einfach nichts mit Premium Digital License Collectibles zu tun. Das ist halt einfach eine Social-Media-Plattform. Mehr nicht. Und ja, das fällt für NFTs. Also hier auf jeden Fall die Auflösung für euch da draußen. Und Disney ist tatsächlich auch sehr zufrieden mit Vibi. Und auch mit dem, was Vibi macht. Und wo es dann wahrscheinlich auch hingehört. Hat euch das Video gerade bis zu genauer dieser Stelle hier gefallen? Da gebt mir ganzen Videos sehr gerne ein Like. Denn so unterstützt du meine Arbeit. Und teilst das Video über den YouTube-Algorithmus so an noch mehr Menschen. FTX ist insolvent. Und die FTX-App wurde außerdem gehackt. Das heißt, definitiv diese App deinstallieren. Und ja, man wird sehen, was vielleicht mit den Geldern passiert. Aber auf jeden Fall ganz wichtig an dich da draußen. Sicher deine Coins immer auf einem Ledger. Weil not your keys, not your coins. Ganz wichtig. Ich verlinke euch unten einmal den Link zu der Seite Ledger. Dort könnt ihr auf jeden Fall euch einen Ledger dann bestellen. Ganz wichtig, auch wirklich nur auf dieser Webseite und nicht über Ebay. Da dort diese Ledger eventuell gehackt sein könnten. Deswegen kauft ihr unbedingt einen Ledger. Denn das sichert dich zu 100% auf jeden Fall ab. Dass du hier durch solche Vorfälle nicht deine Coins verlierst. Ja, und es gibt noch eine weitere sehr erfreuliche Nachricht jedenfalls. Denn es wurde nämlich der Chucky-Air-Drop, auf den so viele jetzt gewartet haben, doch ausgeliefert. Das heißt, schau auf jeden Fall in die VW-App. Und dein Air-Drop sollte jetzt da sein. Passend zum neuen Marvel-Film von Black Panther, Wakanda Forever, dürfen natürlich auch die Mighties wieder nicht fehlen. Und hier sehen wir sechs Mighties im Blindbox-Format-Drop am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt, wie gesagt, sechs Stück. Drei sehen wir jetzt hier an dieser Stelle einfach schon mal. Für mich persönlich ist das jetzt kein Drop, den ich mitnehmen werde. Listenreis wird sich wahrscheinlich um die 13 Gems bewegen. Und die Edition-Auflage wird sehr wahrscheinlich auch relativ gering sein. Was aber ganz wichtig ist, hier werden auf jeden Fall einige sehr interessante First Appearance mit dabei sein. Das heißt, vielleicht ist der Drop gar nicht mal so uninteressant wie den einen oder anderen, der hier auf jeden Fall Black Panther sehr feiert. Am Montag um 17 Uhr deutscher Zeit sehen wir das nächste Star Wars Comic. Und zwar nämlich C3PO Hashtag 1. Insgesamt mit fünf Cover-Varianten. Natürlich wie immer im Blindbox-Format. Das sind einmal hier die Cover. Für mich persönlich auf jeden Fall ein Drop, den ich mitnehmen werde. Natürlich aber, weil ich Star Wars-Fan bin. Das heißt, du musst natürlich für dich hier auch evaluieren, ist das ein Drop, den du mitnehmen wirst oder auch nicht. Außerdem wird es interessant, wie es mit dem Drop-Preis sein wird. Sehen wir wieder einen Drop-Preis über 7 Dollar oder ist der Ganze bei 7 Dollar? Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich werde dazu, wenn es möglich ist, auf jeden Fall noch ein Update-Video am Sonntag machen. Je nachdem, wie viele News reinkommen und wie sehr es sich dann auch wirklich lohnt, hier ein Update-Video zu machen. Aber für mich persönlich auf jeden Fall einen Drop, den man mitnehmen kann. Aber auch auf Go-Collect sind die Zahlen nicht allzu interessant. Hier das Star Wars-Comic, in dem Fall hier, was wir jetzt sehen werden, dass das teuerste ist. An der 9.6 gerade mal für 180 Euro. Alle anderen Comics, ja, die bewegen sich so um die 100 bis 50 Dollar rum. Also wir sprechen hier wirklich von keinen Mega-Grail-Comics. Da kommt es wirklich darauf an, magst du das Comic oder nicht. Wenn du außerdem in Zukunft immer hier auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, was die kommenden Vivi-Jobs angehen, dann abonnier auf jeden Fall meinen Kanal. Denn so verpasst du auf jeden Fall da draußen keine wichtigen Drop-Ankündigungen, die du auf jeden Fall wissen solltest. Ja, und jetzt habe ich auf jeden Fall einen Giveaway für euch mit dabei. Und zwar aber nicht von mir, sondern von Edge of NFT. Und die machen nämlich mit Vivi zusammen einen Giveaway. Und zwar wird es nämlich insgesamt 4 Rare-Comics geben, 4 Ultra-Rare-Comics und 2 Secret-Jazz-Comics. Plus, es wird dreimal einen Omi-Preis geben im Wert von 200 Dollar. 13 Preise, was wirklich, wirklich groß ist. Also, ich werde euch auf jeden Fall unten einmal den Gleam-Link verlinken. Dann kannst du auf jeden Fall daran teilnehmen und deine Chancen auf jeden Fall erhöhen. Ist auf jeden Fall ein cooles Giveaway, was man auf jeden Fall mal mitnehmen kann. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.